Moin, Moin aus Fulda. An der Werra. Fulda ist doch auch ein Fluss oder nicht? Ja, klar. So, es ist Wettkampftag und ich habe an alles gedacht, an alles. Nur mein Haargel habe ich nicht mitgenommen. Aber es muss ja auch mal irgendwas schief gehen. Egal, ich werde jetzt sowieso, oder wir werden jetzt gleich sowieso einkaufen fahren, beziehungsweise Wasser besorgen. Und da werde ich mir noch ein passendes Gel holen, weil so kann ich nicht auf die Bühne. Geduscht habe ich schon. Ich durfte jetzt heute nicht mit Seife mich waschen. Aufgrund des Tannings. Habe mir nur die Haare gewaschen. Und ich habe wieder mein schönes... sieht man das? Papa Clown. Der Fitness Elevator Shirt. Was? Papa Clown? Wer ist der Papa Clown? Ich. So, Posing haben wir eben noch geübt, oder ich? Wir. Wir haben Posing geübt. Und jetzt habe ich nur noch Hunger. Jetzt will ich nur noch aufladen. Und dann die Bühne-Rong. Und ihr seid dabei. So, wir müssen noch nachreichen. Das ist das Ibis. Das habe ich ja gestern so gebadget, glaube ich. Dass die Betten richtig gut waren und wir richtig gut geschlafen haben. Ich glaube, boah. Ja, sieben, acht Stunden haben wir bestimmt richtig fest und tief geschlafen. Also, ausgeruht bin ich optimal. Das muss man dem Hotel lassen. Ansonsten ist das echt nicht so dolle. Dusche. Die Dusche. Das ist hier wie so ein Ufo alles. So, kurzer Formcheck. Blub. Passt. Aber ich muss jetzt unbedingt Carbs loaden. Loaden, loaden, loaden. Breakfast time. Wo ist der Tabia abgeliefert? Mit dem Fitness Elevator. Das war ein Frühstück. Und wen haben wir hier? Gymnights sitzt mir gegenüber. Julia. Ja. Der Tabia ist nicht da. Die Frage ist, wo ist er? Wo ist Tabia? Tabia, wo bist du? Jetzt gibt es hier mein Bro-Meal. Alles. Süßkartoffel und Chicken. Stink zu mega. Stink zu mega. Jedes Meal wird jetzt leckerer. Hoff ich. Bis zum Sub und Peanut Butter, Jelly Time. Wie ist das Frühstück? Lecker. Ich habe aber auch extrem Hunger. Kann auch nicht so lecker sein. Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt mal das Café geprüht. So, wir laufen jetzt zum Sportstore Marquardt. Weil der Fitnessathlet hat natürlich sein Theraband vergessen. Ja. Und ich habe natürlich nicht dran gedacht als Ralf Zettle. Natürlich auch nicht. Ja, super fech. Und so wie der Event organisiert ist, gibt es das bestimmt auch nicht hinter der Bühne. Oder jetzt campen alle drum. Oder alle wollen eins, gibt es und dann alle wollen eins. So, ihr Jungs auf die Bühne. Wie bei McFit vom Squatrek. Genau. Deswegen kaufe ich jetzt wahrscheinlich für 30 Euro noch ein Theradoiser-Band. Der hat extra aufgemacht für dich. Extra für uns heute Samstag aufgemacht. Wir haben Samstag, nicht? Den ganzen Tag haben wir am Sonntag. Keine... Ich war auch schon bei Kaufland, um mir Haargel zu kaufen. Ach echt? Ja, mein Gel vergessen. Ja, wir haben ja echt heute Samstag. Und dann brauche ich noch ein Sub. Und dann fahren wir los, oder? Ja, schön Sub tanken. Sub tanken. Und dann schauen wir mal, wie die Form aussieht, ne? Arne, was hast du jetzt geholt? Es ist jetzt keine Kosten und Mühe gescheut. Ich habe jetzt mal 14 Euro für ein Theraband gekauft. Wo ich zu Hause noch... Also ich habe zu Hause, glaube ich... 500 Stück davon. Aber leider unterwegs nicht. Aber jetzt habe ich mal so, wie es professionell ist. Das lassen wir ja einen Meter ab. Bedanken wir uns hier bei... Wie heißt der Laden? Sporthaus Marquard. Sporthaus Marquard. Also wenn ihr in Fulda seid, shoppen gehen. Tschüss. 25 Euro. Arne fand die nicht so cool, weil sie ein bisschen glitzert. Ich mag das ja nicht so glitzern. Ja, sie schimmert halt so ein bisschen. Geil, das musst du... Ich glaube, die schimmert auch. Magst du jetzt auch nicht? Die ist cool. Die ist cool. Für Männer ist das anders. Aber für Männer darf es glitzern, oder was? Für Männer dürfen glitzern. Das ist mein Hochzeitsgeschenk an dich. Oh, danke. Oder? Nein, eine Sportwurzel. Lass dich jetzt wieder in Ruhe bis morgen. Morgen gibt es dann... Ich habe auch noch ein Hochzeitsgeschenk morgen für dich. Aber... Ich will einen Stein haben für meine Regen. Ja, guck mal. Jetzt muss das Portemonnaie erstmal richtig geöffnet werden. Hello. Ich hätte gern ein... ähm... Turkey-Sat. Ein ganzes. Das ist ganz normale. Italien ist das, ne? Ja. Kurz vorm Auftritt. Wie viele Stunden sind es noch? Ja, wir gehen auf jeden Fall, wann es losgeht, ne? 16 Uhr, wie geht es denn los? 16 Uhr, aber da werde ich ja noch nicht auf die Bühne gehen. Wahrscheinlich noch nicht. 17 Uhr. 17 Uhr, schätze ich. 2 Stunden vorher ist es fertig. Kalt oder gibt es eine Mikrowelle? Ich glaube nicht, das sei nicht. Aber das ist nicht so. Was ist der Turbadose? Süßkartoffeln, Matsch. Ohne Gewürze? Nein, Gewürz. Vorsicht, Wespe. Kartoffeln bräuchte ich jetzt. Ja, Zimt hätte ich nicht. Ja, das stimmt. Das steigert die Fettverbrennung. Nochmal kurz vor dem Webtraum. Auf jeden Fall. Ja. Scheiße, jetzt wird das nix. Nochmal nur noch auf den Dach gehen. So, hier ein Chicken und... Das ist die zweite Mahlzeit. Ja, das ist die zweite Mahlzeit. Ich kann glaube, das ist geil, aber Chicken nicht. Ich hätte auch Steak machen können, aber ich kann das drauf. Nichts zu machen. Schön so ein Filet. Hinter der Bühne am besten auch. So, jetzt fahren wir los zum... Probsteierhaus. ...Pedasberg. Dann gucken wir mal. Alles vorbeiratet. Noch ein schönen Schluck Wasser aus der Pulle. Pulle. Hier, das habe ich alles vorher getrunken. Klar. Alkohol entzieht dem Körper nämlich Wasser. Jetzt bin ich mega drunken. Und äh... Traum. Und vielleicht auch ein Bild. Wir müssen ja nochmal rausgucken. Auf jeden Fall. Gut. Also gucken, was hier abgeht. Dann wollen wir mal uns anmelden, ne? Nach den Schlüssen. Zittel vor eins. Ich schätze mal, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Jugging, ne? Bestimmt, ja. Dann müssen wir jetzt los, dann müssen wir alle durch sind. Du hast jetzt gerade gewogen worden, äh, gemessen worden, 1,81. Und schrumpft. Und dein Passstick, 1,83, ne? Ne, 1,82. Ach so, 1,82. Jetzt will ich noch was essen. Ich bin mal durch hier riechen. Was willst du essen? Ja. Haben wir hier nicht selber einen blauen Geschenk? Für ein Stück oder so, ne? Nein, keine Ahnung. Ist ja gar nicht so lebe Glück. Und das sieht so aus, aber ich kriege keinen, wenn ich zahlreiche. Und das ist ja kein Eberfläge. Ja, Mann. Bist du ready, Arne? Du warst schon ready. Ja. Und das ist für die erste Gruppe. Und das ist für die ehemalige. So ein und voller. Und das ist für jedenfalls. Und das ist für mich ein bisschen. Vanquish mein bisschen. Der dritte in seiner Gruppe. Wenn das nach H guarantee geht, der dritte. Welcher 1,1,1, ist das 2? 2,2,5 Meter. Ja, wer geht das? In der ersten Gruppe sind die meisten. Eigentlich ist das komisch. So, da haben wir 37. Alle haben Weißgäste. Weißgäste, 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 Weißgäste. Was ist denn, Fischbutter? Fischbutter. Oh Mann. Bauch, Bauch, Bauch. Ja, sauber. Ja, geil. Im Licht wird das richtig gut kommen. Warten bis sie alle wieder aus dem Maschinen ist. Hier, vorhin an die Tür. Nut Butter Jelly Time. Annen. 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 Bauch, 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 Bauch. Ja. Oh mein Gott. Das ist vollkommen. Ja. Annen. Zauber. Ja. 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 Da ist Advance. Ich muss den letzten vergleichen. Wo ist denn der Zoom hier? Ich muss den auf den Weg gehen. Annen! Wir werden den Weg gehen. Wir haben rechts. Puh! Die andere Wettel gehen zurück an sich. Sauber! Arne! Ja! Ich bin ein Zeug! Auf und auf! Auf geht's! Vielen Dank, alle Herren. Zurück zur Eier. Schönen Sie mal? Schönen Sie mal? Schönen Sie mal? Schönen Sie mal? Das war eine Vorbescheidung. Ja. Nein, was laufen wir noch für die Klasse? Jawohl! Schönen Sie mal? Zwei Geräusche! Schönen Sie mal? Schönen Sie mal? Dr. Schönen Sie mal? Schönen Sie mal? Ja, sauber! Komme Ein-30! Das ist mein Motto und sein Körperfeldanteil, mindestens. Fazit, Arne ist durch. Fazit, Competition ist durch, nicht Training ist durch, Wettkampf ist durch. Genau, Wettkampf ist durch. Also, kurzes Fazit, war geil, hat Spaß gemacht und... Dann muss ich gleich darüber setzen. Ja, ich würde es wieder machen. Ich würde es definitiv machen. Auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr stolz auf Mr. Elevator, denn er hat den 10. Preis absolviert und an einer sehr in seiner... In einer sehr in der 10, habe ich Preis gesagt? Ja, in der stärksten Klasse. In der stärksten Klasse ist er von 15 auf den 10en Klasse. In der Mittleren war das. Von 16. Von 16, von 16 sogar. Also Top 10. Sehr geil. Vor allem habt ihr es ja gesehen, live auf dem Channel, was möglich ist in einer kurzen Zeit zu realisieren, nur wenn man es wirklich will. Sechs Wochen. Sechs Wochen, volle Kanone. Aus dem Nichts gestartet. Ohne Entwässern, ohne Entsalzen, ohne Low Carb. Habt ihr das auch gefilmt? Mit dem Sub. Ja. Ihr habt ja gesehen, ich habe ein Sub gegessen und alles. Also, Leute. Muss nicht sein. Es geht alles ohne diese ganzen Mythen. Frisch Quatsch. Wir schneiden. Ich hoffe, das Video... Ja. Wir schneiden ein Video zusammen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir müssen mal nochmal schauen, wie wir das zusammenschneiden, denn ich habe keine Ahnung, so viel Material. Wir müssen wir einen Teil machen. Ja, wir werden einen Teil machen. Einmal Competition, einmal Final. Ja. Nichts. Aber es ist geil geworden. Ja. Arne, sag noch das letzte Wort. Das letzte Wort. Ich hoffe, euch hat die ganze Serie gefallen, American Dream. Und ähm... Alter, ich bin nicht braun, ey. Crazy. Das dauert noch ein paar Tage. Ja, und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ich habe ja zwischendurch immer Leute getroffen und krass viele Leute, die mir bei WhatsApp und Instagram überall Glück gewünscht haben. Und ich danke euch, dass ihr mir Glück gewünscht habt. Und äh... Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, äh... Bulk Vlog oder wie heißt der nächste Part von dir? Ähm... Reverse Dieting goes crazy. Go on holiday. Genau. Reverse Dieting goes aspartam. Goes aspartam. Wir machen auch bald T-Shirts mit I love aspartam. Ja. Das wird meine Signature. Wie wird deine Signature? Äh... Training ist durch. Training ist durch. Schreibt mal in die Kommentare was ihr sehen wollt. Genau. So jetzt hier wird beim Asiaten jetzt ein bisschen reingefistet und dann schalten wir immer ab und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Das ist wieder heiß. Pumpen, Fressen, Bodybuilding und Lifestyle und so ein Kram. All that stuff. All that stuff. All that stuff.